Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute ist der Super-Samstag. Ein Video habe ich schon veröffentlicht und es kommt das zweite aus gutem Grund. Ich sage herzlichen Dank an den Michael, der hat mich auf eine unfassbare Sache aufmerksam gemacht. Und zwar auf eine neue App, die mir bis jetzt noch nicht bekannt war, eine Lade-App. Und zwar heißt die Filibri. Und Filibri hat momentan ein Angebot, wo ihr für 30 Cent die Kilowattstunde an fast allen Ladesäulen laden könnt. Also es ist ja praktisch egal, ob AC oder DC. Ihr habt es schon gesehen. Ihr könnt praktisch überall laden. Das Anmelden ist relativ simpel bei Filibri. Ich habe jetzt als Zahlungsmethode einfach Paypal hinterlegt. Also da gibt es ganz gute Optionen. Das ist also kein großer Stress. Kann man im Google Play Store runterladen, wahrscheinlich auch iOS im App Store runterladen. Ja, geht super einfach. Dann seid ihr angemeldet. Und jetzt ist das so, ich gehe mal von Münster weg. Da kenne ich mich nämlich nicht aus, wo die Ladesäulen sind. Aber hier in meine Hood, ihr wisst Bescheid. Und jetzt schaue ich einfach mal hier den Porsche-Lader. Und wir wissen, Porsche kostet, glaube ich, über Elektroversen Euro pro Kilowattstunde gefühlt. Also überhaupt nicht interessant. Und jetzt gucken wir uns das hier mal ganz schnell an, den Porsche-Lader. Jetzt muss er das nur laden. Und dann sehen wir hier. 320 kW-Lader, 30 Cent pro Kilowattstunde, Freunde. Das ist natürlich genial. Also hier haben wir gerade richtig, richtig günstige Preise. Allerdings, und jetzt kommt der Haken an der Sache, es ist eigentlich eine Art Bauernfängerangebot, kann man sagen, momentan. Es gilt bis einschließlich 2.10. Also wir haben jetzt noch das Wochenende Zeit und dann bis zum Dienstag, glaube ich, geht das Ganze. Da können wir für 3 Cent pro Kilowattstunde laden, wo wir wollen. Immerhin, wir nehmen alles mit, was wir können. Und wer weiß, was diese App in Zukunft bietet. Ich finde es jetzt gar nicht so schlecht, obwohl es jetzt keine großartigen Filter hat und so weiter, habe ich nicht gefunden. Wie gesagt, die App ist mir neu. Ich habe das nur auf die Schnelle anschauen können und habe jetzt keine großartigen Filter oder sowas gefunden, die uns da weiterbringen. Schon gar kein Filter nach Preis oder es sind nicht mal Filter nach Ladegeschwindigkeiten. Wobei, vielleicht gibt es den sogar, hier haben wir übrigens mal was mit 22, also 11 kW-Laden oder 22 kW-Laden auch 30 Cent die Kilowattstunde. Aufpassen müssen wir auf die Blockiergebühr, darauf möchte ich noch kurz hinweisen. Schauen wir mal, ob wir das hier auch angezeigt bekommen. Hier haben wir hier Blockiergebühr mäßig Porsche Sales. Ja, schaut jetzt gar nicht mal so aus, aber schaut mal hier nochmal beim AC-Laden. Da stand hier gleich was, 30 Cent pro Kilowattstunde mit Blockiergebühr. Und ab 120 Minuten haben wir 6 Cent pro Minute Blockiergebühr. Ja, wäre ja noch nicht mal so schlimm, gell. Also Freunde, ich war feuerfrei zum Laden. Ich wünsche euch da auf jeden Fall viel Spaß. Denkt noch dran, es gibt da so einen Link, wo man jemanden einladen kann. Den haue ich euch in die Videobeschreibung rein. Oder so einen Code quasi. Und da ist es so, da kriegt man, glaube ich, wenn man für 20 Euro lädt, dann ist es auch eine Tank-App oder halt irgendwie tankt, kriegt man dann 10 Euro Amazon-Gutschein. Jetzt ist es allerdings so, wenn man das mal ausrechnet aufs Tesla Model Y, also wenn der Akku leer ist auf Standard-Range-Modell und wir laden die 60 Kilowattstunden-Akku voll, inklusive Ladeverluste, allerhöchstens laden wir vielleicht 70 Kilowattstunden rein, dann wird es halt schwierig, überhaupt diesen Betrag zu erreichen, dass da was rauskommt. Also da rechne ich jetzt nicht mit viel, aber vielleicht habt ihr einen größeren Akku oder was weiß ich. Also wenn ihr für 20 Euro ladet, dann gibt es eben diesen entsprechenden Amazon-Gutschein. Deshalb nutzt vielleicht einfach mal den Link. Vielleicht kommt ja da was dabei raus. Ihr kriegt den Gutschein. Ich kriege, glaube ich, auch einen Gutschein, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, ansonsten, all diejenigen, die die Tour durch Deutschland machen, die auf dem Weg sind in Urlaub oder irgendeine Reise vorhaben, holt euch jetzt diese App immerhin bis 2.10. und dann bin ich gespannt, was die Preise danach sagen. Also ich werde auf jeden Fall dranbleiben, das beobachten und ich werde euch informieren. Freunde, das war es auf die Schnelle, kurz und knapp. Ich hoffe, sowas gefällt euch auch, so eine kurze Info. Wenn es euch gefallen hat, gebt bitte einen Daumen nach oben. Unterstützt das Ganze, was ich jetzt hier mache. Familie ist am Frühstücken. Ich hocke mich schnell ins Auto und mache das Video. Deshalb lasst bitte ein Abo da, das wäre super. Schreibt in die Kommentare vielleicht ein Dankeschön oder irgend sowas. Das würde mich natürlich unfassbar motivieren. Je mehr Dankeschön kommt, umso motivierter werde ich sehr klar. Leute, die Glocke wäre super. Wenn ihr euch einen Tesla kaufen wollt, denkt an den Referral Code. Super Thanks sind möglich. Also es gibt diverse Varianten, wie ihr mich unterstützen könnt. teelectric.de, Rabattcode. Ja, BigO10 gibt 10% Rabatt. Teslabs, Big5, 5% Rabatt. Das ist euer Tesla-Zubehörst und die Shops, die ihr nutzen solltet. Und ja, dann sage ich herzlichen Dank. Freunde, genießt das Leben. Schönes Wochenende, euer BigO Electrify. Ciao, ciao und Servus.